Da sind jetzt so ein paar Kitesurfer gesichtet worden im Hochwassergebiet. Da frage ich mich, ob das nicht dann an der Nord- oder Ostsee so sein kann, dass die Leute vielleicht daraus aufgeweichtete Deiche gibt es auch. Leider Gottes in Niedersachsen ist alles voller Wasser. Was ich nicht so ganz verstehe, dass die Leute dann nicht, ja klar, ich habe auch was dagegen, wenn da jetzt Gaffer kommen oder so oder sich dessen bemächtigen und die Einsatzkräfte stören. Aber ganz ehrlich, man kann die Leute doch nicht nur wegen Hochwasser einsperren. Das ist so meine Meinung dazu. Vielleicht sollte da die Politik noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber gut, ich habe auch nur meine Meinung. Das ist nur meine Meinung. Klar werden immer Leute kommen. Ich meine, die sind ja dort ansässig teilweise. Die wollen natürlich Fotos machen, weil es ist natürlich eine Jahrhundertflut oder was da passiert, gerade eine Vollkatastrophe. Wo ich denke auch, dass die Politik da wegen den aufgeweichten Deichen, also dass die Deichen nicht nachgebessert wurden, da können die Leute nichts für. Da kann eigentlich nur die Politik was für. Aber okay, meine Meinung wiederum. Aber jetzt ist was aufgetreten und zwar Kitesurfer. Kitesurfer, die auch sonst Kitesurfing machen, aber auf einmal im Hochwassergebiet. Da möchte ich gerne mal eure Meinung hören. Sondern auf der einen Seite, ja, wenn man so das Bild sieht, dann schmunzelt man schon. Aber da ist auch die Frage, muss das sein? Genau. Aber letztendlich, ja, ich meine, das Hochwasser wird so wahrscheinlich erstmal nicht wiederkommen. Und ich hoffe, dass es schnell zurückgeht und dass die Leute alle nicht evakuiert werden müssen und in ihre Häuser zurückgehen können. Ja, weil das wäre wünschenswert. Ansonsten, ja, wie es zu diesem Hochwasser gekommen ist, wahnsinnige Regenfälle, viel Regen natürlich, aber auch natürlich das Ablassen der Ockertalsperre. Vielleicht sollte man da auch mal ansetzen, weil man hat sich praktisch jahrelang nicht darum gekümmert. Wo fließt das Wasser hin? Wo geht das Wasser? Woher kommt das Wasser? Darum kümmert man sich leider nicht. Auch da wieder sitzen Verantwortliche in der Politik. muss ich leider so sagen, das ist so meine Meinung, weil die Leute können überhaupt nichts dafür. Ich meine, die behelfen sich mit Sandsäcken, ja, aber die können auch nichts dafür, dass jetzt das Hochwasser da ist. Ja, genau. Einfach mal eure Meinung da rein, schreiben hier und gerne mir ein Follow schenken. Danke.